Hallo und herzlich Willkommen, der Südstrand 4 ruft. Wir starten in eine neue Runde Angry Birds Epic. Und ich bin sehr gespannt, dass wir dieses Mal bekommen. Wir haben einen kleinen und einen großen. Der Südstrand 4 ruft. Da wir uns auf den kleinen wird. Und genau, die Ecke haben wir mit einem Vorhinein. Ein Neu-Button. Und dann ist der Südstrand 4. Dann ist der Südstrand. Hier ist der Südstrand. Und dann haben wir noch den ersten Ecke. Und dann ist das nicht so. Das ist nicht so. Ok, wir werden das mal hier mit Pion, und das ist mal hier mit Pion. Ok, gleich wieder schon. Wieder unsere 3-Stunde. Hier geht es an den anderen Betrugel, das soll jetzt ja nicht schwierig sein. Ich danke euch für die nächste Zuschauer und wir sehen uns morgen zur nächsten Runde der Angry Birds endlich. Bis dann, tschau!